Willkommen zurück zu einer neuen Folge DinoSys Survival. Wir erforschen weiter diesen Stückteil der Erde, diese Insel. Keine Ahnung, wo wir hier drauf sind. Und versuchen natürlich nicht gleich gefressen zu werden. Ähm, ja. Mal schauen, wo wir überhaupt hinwissen. Ich brauche unbedingt Essen. Da hinten ist wieder ein Haus. Und ein Auto. Mit dem kann man nichts machen, das ist schade. Ich muss sagen, die Steuerung ist noch ein bisschen... Ja, die könnte etwas feiner und besser sein. Was war das da hinten? Also den Parasaurus kennen wir. Da ist wieder ein Galimimus. Aber was ist hier hinten rum? Ach, da ist noch ein Parasaurus. Okay. Und das hier scheint... Sieht mir vielversprechend aus. Da ist ein Raptor. Das ist ein Raptor. Alter! Alter! Was willst du Arschloch von mir, Mann? Wenn ich das richtig höre, höre ich hier etwas stampfen. Jep! Ein Stegosaurus! Kann ich mich hier irgendwie reinschleichen? Geht das? Nee, schade. Ich habe keine Lust auf diesen Raptor. Der uns bestimmt gleich fressen wird. Oder auch nicht. Haben wir hier irgendeinen guten Loot? Oh, da ist der Raptor. Oh, da ist der Raptor. Ich glaube, wir müssen uns mit dem Raptor anlegen. Aber das würde ich gern von einer sicheren Position aus machen. Und das nächste Problem, was ich hier gerade an dem Spiel sehe. Einmal die falsche Taste gedrückt, tappt man sofort aus dem Game raus. Das ist nicht schön. Das war laut. Das ist gut. Aber der Raptor ist down. Aber der Raptor ist down. Das ist gut. Die Autos hätten so einiges besser machen können. Und ich kann mit dem nicht interagieren ernsthaft. So, wenn jetzt hier nichts drin ist, fresse ich einen Besen. Ja, hier gibt es nichts drin. Das ist gut. Toll. Ach doch. Hier. Ha. That'll do nicely. Ja, dann gucken wir einfach mal weiter. Da läuft ein Stego rum. Okay. Das hätte man auf jeden Fall besser machen können. Aber gut, das Spiel ist ja auch noch in der Early Access. Wir gucken mal weiter, was wir noch so finden. Oder was für Tiere uns über den Weg laufen. Da ist wieder ein Haus. Hm. Da unten ist wieder ein Raptor. Ja, wir machen hier erst mal eine kleine Feuerpause. Und ich glaube, wenn wir nochmal angehittet werden, sind wir tot. Oh Gott. Ich hoffe, das ist nur einer. Nein, das ist ein ganzes Nest. Hilfe. Ich muss aber ehrlich sagen, ich verstehe den Sinn und Zweck dieses Spielsgrade nicht so wirklich. ins Wasser möchte ich ungern gehen. Ich weiß nicht, ob ich schlimm kann. Ja, da war man tot. Also ins Wasser können wir nicht. Das heißt, wir müssen an den Raptoren vorbei. Scheiße. Ah, nein. Gott, jetzt ist ja mal fast wie das Wasser gefallen. Da ist aber noch ein Haus. Da will ich unbedingt hin. Was? Was leuchtet? Ach, ist das ein... Das ist ein Leuchtturm. Ja gut. Das war mal ein Dino. Oh, Sumpf. Oh. 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 Hm. Dann müssen wir auf der anderen Seite lang rennen, denn ich brauche Munition für Sturmgewehr. Da stampft der Stege rum, ja, mit dem möchten wir uns auch nicht unbedingt anlegen, nicht wenn es sein muss. So, da haben wir einen zweiten Raptor gekillt. Ach, das war falsch, was ich gerade gemacht habe. Ich wollte eigentlich das Fleisch haben. Oh, da ist der Nächste. Ja. Lass mich doch mal hier durch. Schock, hier taucht keiner mehr auf. Das wäre nicht so vorteilhaft. Ich weiß jetzt nicht, ob das Kompis sein sollen, aber, hallo, ja gut, dann machen wir in der nächsten Folge ein Lagerfeuer. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, wir nähern das Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genieß den Tag und bye-bye.